Morgen Leute hier sind wir wieder. Wie ihr seht sind wir hier unten. Ja schrei nicht so rum. Ich will heute spinnen und schlangen. Hier machen wir noch eine Spinne. Ich hab keine Ahnung welche. Ja wie ihr seht ich habe hier schon... Lassen wir uns erstmal beruhigen. Ich habe auch einen Gilly Mantel an. Ich habe aber leider noch kein Insektenschutzmittel. Die ist noch... Hier extra noch ein paar mehr. Gilly Mantel hergefällt. Nicht das irgendwie... Sagen wir mal mein Gilly Mantel ist ja schon ein Tricks. Das ist echt easy zu holen. Das wollen wir ja nicht. Kann ja sein dass wir hier irgendwas holen wie sowas. Immer weiter beruhigen lassen. Ja hier müssen wir nicht alles hier passiv ziehen. Das ist... Oh, holen wir erstmal. Ein bisschen. Oh, Alter. Genau. Ja... Das wird gut und immer. Es wird so schnell wie viel. Und so ist es, was ich auch nicht brechst. Ja. Das wird so schnell wie viel. sieht aus als ob sie sich beruhigt hätte ich habe bisschen Angst dafür so können wir natürlich auch zählen 80 Prozent und ich habe extra das eine hier ein bisschen vergrößert die sind auch hungrig wenn ich nicht mehr zu fressen gekriegt wäre jetzt nicht mehr reinkommen aber wir füttern durchwand das geht natürlich auch natürlich die einfachste Lösung weil es auch ein bisschen unruhig Prozent verdammt Prozent 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 die Räuche mag ich jetzt schon nicht mehr Prozent 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 wo wir unseren Agentar bis jetzt gleich mal wieder hey du ein 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 ist dann draußen mit ein bisschen ein und die Prozent wo ariano ja ihr seht die Kugel sind weg die sind schon hauen und sie entschuldigen wir sehen Ich lebe sie ja. Was ist ihr Problem? Ich lebe sie. ja ja schön ahhh ich hoffe es bleibt ja auch da muss es gut eine spinne haben wir bleibt hier äh wenn es am Ende später wir sind in den Fall auch wenn man ein paar die Wände füttert so holen das ist eine Schlange ja, letztens mal auch ich versuch mit ich lege mal nicht so tief da sieht man mal auch was oder auch nicht mein Südmentus das ist schön schön amyntig noch eine Spinne da ist eine zwar keine schöne da ist eine ja naja ist jetzt nicht gerade die nicht gerade so sehr gut gelaufen eine Schlachtkarte jetzt schon abgekriegt und hier ist natürlich wie ich sag alles bleibt zu drinnen wieso bleibst du da nicht drinnen wieso bleibst du da nicht drinnen ... ... ... ... ... ... ... ... Ok, ich glaube die Schlange braucht einen Surf, wie es aussieht. Aber ich kenne die nicht so nicht. Dann wird das was. Ich frage mich nicht warum ich das damit getan will, ich weiß es auch nicht. Aber sieben reichen da nicht, ne? Ich bin nicht normal da oben noch Türen drin. Ich hoffe diesmal Hits denn. Warum halt da oben noch Türen drin? Die ist doch kein Ding. Die haben ja alles da auf dem Boot. Dann könnt ihr natürlich auch abreißen und... Schöne, dass ich mit der Spinne so weiter zackle. Das hat mir gefallen. Ich weiß nicht was grüne da hinten das ist. Ich hoffe da kommt das nicht raus. Ach, das ist... Wir suchen... keinen Mentes. Mentes... Und... Spiegel ich da... Da müssen wir mal gucken, wie man das macht. Das ist keine Schlange. Auch keine Schlange. Da sind alles diese... Wir nehmen uns mal die grüne erstmal. Die weiße nehmen wir dann nicht. Denn wir wissen dass das funktioniert. Die weiße, weiße ist cool. Also finde ich ebenfalls. Eine weiße Schlange... Natürlich auch eine Brille hat auch was. Also nicht Schlange haben wir eigentlich einsetzt. Mal gucken, ich hoffe mal das zählt jetzt. Die rauszukehren die Schlange da nicht. Wenn das auszieht kann ich da nicht. Okay... Oh, oh no... Da Ihr habt euch gesehen schon der kleine G Ich nehme erst mal Ja Oh mein Gott, was he in? eh ja 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 oder war sie das hier ja das war's das ist also auch nicht gelungen schön mal gucken ob er hier rauskommt oder nicht er hat natürlich einiges schwieriger eigentlich ja es na 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 Ok, jetzt kommt er raus. Jetzt kommt er raus. Jetzt kommt er raus. Vielleicht. Machst du denn da? Bleib stehen. Ich kann es in Blockform machen. Oder man muss wirklich Stein nehmen. Das wäre natürlich... Oder vielleicht noch ein bisschen größer. Mentes würde ich gleich nicht begegnen. Mentes... Ja Junge, du bist nur zum Testen. Und natürlich, wenn es klappt, dann geht es natürlich auch mit. Das ist nicht so... Wir sind da jetzt. Das ist nicht so... Es kommt sogar durch die Zaundinger durch, also ist es nicht... Ah, natürlich, es ist jetzt dunkel, wird es natürlich jetzt um einiges leicht. Okay, dann ist die, äh... Wow! Oh! 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 Ich bin auch hier. Ich kann mal den Geld so schauern. Ich hätte mich entdeckt mit dem Kopf, war ich nicht so. Okay, hab ich. Schlafen wir uns gegen uns. Ein Windpiss und ein Skorpion und weniger. Oh, nein, Wind. Dann haben wir Skorpione. Die Spinne. Die Spinne der Schlange. Da unten war eine Schlange. Die würde ich eigentlich nicht nehmen, aber... Man könnte es auch beleuchten, dass kein Tor mehr ist. Ja, das geht jetzt. Okay, die Schauspunkte. Das ist nicht gut. Steht mir noch Holz. Ich sehe gar nichts. Ich sehe gar nichts. Natürlich kommt jetzt die Schlangen immer weg. die 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 Der Klingel ist auch zu zoolig. Da fress das Ei Da will das Ei nicht fressen Da fressen Da fressen die da rauskommen, aber die kommen da raus Ich werde hier eine Holztür basteln Ich werde hier eine Holztür basteln Wir basteln das Maschinen für Holztür Das sie vielleicht da oben nicht mehr raus Gleich ist es ja wirklich zu niedrig Ich weiß noch nicht wo die Schlange kam gerade, aber Irgendwo wir haben, mag sie gekommen sein Auch so, wir haben noch Wir haben noch sechs Holztür Warum muss ich spitzen tun? Wie ist der? Wie ist der? Sieht komisch aus Sieht das auch Ah, nächster Versuch Irgendwo müsste er hier irgendeine Tango-Board Ohne Minis Was? Was? Boah! Was? Was? Das ist ja eine Schreck-Vinie, denn wenn ich... Jetzt haben wir mich wirklich... Jetzt haben wir mich wirklich verjahnt Um ehrlich zu sein Ah, das war so. 4 die im 1 bisschen einfacher oder ich bin irgendwann irgendwann ein Oh nein! So könnte ich mich gut Der Moment ist es gegen ein Genshin-Sack-Gnau Genshin schon Aber es wird langsam heller, ich seh mich noch irgendwie hier umbissig. Oh, es ist mitternachtig, mitternachtig. Das war kacke. So. Wie verliebt. Oh. Au. Ich brauch mehr Türen. Ich geb hier nicht vorher auf, bevor die... Aber es ist jetzt nicht zu schnell. Aber es ist jetzt nicht zu schnell. Das war's. Mann. Aber sie hätten wirklich schon schwer getan, dass es hier rauskommt. Also so ist es nicht. Wir kommen näher. Könnt ihr auch einfach draußen auf die Wolken fällen, aber nein. Nein. Ich weiß nicht. Wie wäre es? Einer zu viel. Dann. Ich kann es nicht weg. Ich muss noch einen Weg zum Platz bleiben. Immer so. Wenn die jetzt hier nur rauskommen, ne? Ich freue mich. Oh, wo muss er hier noch mit Getanamo bohren? Kann ja nicht sein, dass er keinem ist. Aber auch ein Skorpion. Ein Fundamentes. Oh, ich heiße diese Liga, ne? Gebeg. Wie lange? Ohne Tausendpricht. Ich will ihn nicht. Nein, das muss er komplett initiales sein. Nein, das ist los, das ist los, das ist los. die 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 Danke. Okay, dann sind wir drei Euro, aber ist für eine Schlange. Nämlich ist ein Daumenfüßler. Jetzt mal ein Eifer lassen. Das ist ein Eifer. Das ist ein Eifer. Wie flippt. Also ist es schonmal schön. Wie flippt. Wie flippt. Das war's für heute. Aber es funktioniert schon mal. Lieber zurück zum Schifflein und holen uns näher ein. Außer die Raptorneier. Die will ich noch nicht nehmen. Die Raptorneier sind wirklich, ne? Die Raptorneier sind ja da. Die Raptorneier sind ja da. Die Raptorneier sind ja da. Man. Man. Die Raptorneier sind ja da. Die Raptorneier sind ja da. Da muss wirklich schon weit oben sein. Und auch genau zu treffen. Und natürlich auch. Die Raptorneier sind ja da. Wenn wir es mit dem Tvobel machen. Sie müssen es eigentlich. Ja Baby. Wir haben eine Titanogon. Ja Baby. Wir haben eine Titanogon. nach tausendmaligen. Da suchen. Haben wir sie endlich bekommen. Jetzt muss ich sie bloß noch da rauskriegen. Und ja. Leute. Na ja. Es zum nächsten Mal.